Wie gesagt, sind hormonelle Verhütungsmittel für Männer nicht im Handel erhältlich. Es gibt aber diverse Studien, die zahlen... Hallo und herzlich willkommen zu Klar Erklärt. Ich bin Nathalie und heute sprechen wir über Verhütungsmittel für den Mann und wagen dabei auch einen Blick in die vermeintliche Zukunft. Aktuell gibt es für Männer konkret zwei mögliche Arten zu verhüten. Einerseits wäre das das Kondom. Damit Kondome bestmöglich vor ungewollten Schwangerschaften und sexuell übertragbaren Infektionen schützen, ist es wichtig, dass man auf einige Punkte achtet. Als erstes wäre die Qualität der Kondome wichtig. Hierbei kann man darauf achten, ob Kondome das folgende Qualitätsmerkmal aufweisen, nämlich dieses CE. Genau, so sieht man es. Das wäre ein sogenanntes Qualitätsmerkmal in Europa. Also Kondome, die dieses Zeichen haben, oder natürlich auch auf der Verpackung selbst, wenn es... Hier könnt ihr es sehen, genau. Wenn Kondome dieses Kennzeichen aufweisen, könnt ihr euch sicher sein, dass sie qualitätsgeprüft sind, also von guter Qualität sind. Das kann bei günstigen Kondomen der Fall sein, genauso wie bei teuren. Die Höhe des Preises ist also nicht zwingend ein Indiz für gute oder schlechte Qualität. Weiter ist die Lagerung der Kondome zu beachten. Man sollte Kondome nicht der prallen Sonne aussetzen und man sollte auch darauf achten, dass die Verpackung keiner Reibung ausgesetzt ist. Beispielsweise sollte man Kondome nicht unbedingt in der Hosentasche oder im Portemonnaie transportieren, sondern wie gesagt darauf achten, dass die Verpackung keiner Reibung ausgesetzt ist und dann vor dem Gebrauch des Kondoms auch schauen, ob sich Luft in der Verpackung befindet. Wenn man da ein wenig drauf drückt, merkt man, ob sich Spannung aufbaut in der Verpackung, also ob Luft austreten kann oder nicht. Und genau wenn Luft austreten kann, ist die Verpackung beschädigt. Das heißt, dass auch das Kondom beschädigt sein könnte. Ein weiterer wichtiger Punkt, auf den man achten sollte, ist das Haltbarkeitsdatum. Ähnlich wie bei Lebensmitteln auch, befindet sich auf Kondomen ein Haltbarkeitsdatum. Hier beispielsweise auf der Rückseite der Verpackung 10.2022, also bis Oktober 2022 wäre dieses Kondom haltbar. Oder hier ein abgelaufenes Exemplar. Kann man es erkennen, August 2020. Achtet also auf das Datum bei Kondomen. Wenn das Haltbarkeitsdatum von Kondomen überschritten wurde, kann es sein, dass das Material spröde wird und so kein ausreichender Schutz mehr gewährleistet werden kann. Kondome sollten während des gesamten Geschlechtsverkehrs getragen werden und man sollte den Penis herausziehen, kurz bevor er die Erektion nachlässt. Damit das Kondom beim Rausziehen nicht abrutscht, sollte es außerdem unten am Penisansatz festgehalten werden. Und noch ein letzter Punkt. Wird das Kondom aus Versehen mit der Rolle nach innen, also umgekehrt, auf den Penis aufgesetzt, so dass man es nicht richtig abrollen kann, sollte man es nicht einfach umdrehen und trotzdem benutzen, sondern ein neues nehmen, weil sich bereits Krankheitserreger und oder Samenflüssigkeit an der Kondomoberfläche befinden könnten. Weitere wichtige Punkte sind auch die richtige Anwendung des Kondoms und die richtige Größe. Hierzu habe ich bereits einmal ein Video gemacht. Ich verlinke es euch unten in der Infobox. Kommen wir zu der zweiten Methode, die es aktuell für Männer zur Verhütung gibt. Und das wäre die Sterilisation oder spezifisch beim Mann die Vasektomie. Diese Verhütungsmethode ist extrem sicher, wobei sie gut überlegt sein sollte, weil man wird unfruchtbar gemacht. Das heißt, man muss sich also absolut sicher sein, dass man keine Kinder will oder sicher sein, dass die Familienplanung bereits abgeschlossen ist. Eine Vasektomie ist nämlich, wenn überhaupt, nur mit aufwändigen chirurgischen Maßnahmen reversibel, also wieder rückgängig zu machen. Wer sich dafür interessiert, sollte sich bei seinem Arzt oder seiner Ärztin umfassend informieren lassen. Bei einer Vasektomie produzieren die Hoden im Anschluss weiterhin Spermien. Diese gelangen einfach nicht mehr ins Ejakulat. Sie werden dann vom Körper abgebaut. Die Befürchtung, dass eine Vasektomie die sexuelle Potenz und oder die Libido einschränken kann, ist unbegründet. Und auch das Ejakulat ist in Menge und Aussehen gleich vorhanden wie zuvor. Auch einfach eben mit dem Unterschied, dass keine Spermien mehr enthalten sind. Dies macht aber optisch und wie gesagt von der Menge keinen Unterschied beim Ejakulat. Der Eingriff kann meist ambulant und unter Lokalanästhesie stattfinden. Bei dem Eingriff werden die Samenleiter durchtrennt und meist auch gekürzt. Hierzu gibt es verschiedene Techniken. Die Samenleiter können mit Hilfe von Hitze verödet werden oder auch abgebunden werden. Auch hier kann man sich bei seinem Arzt oder seiner Ärztin genauer informieren. Drei Monate nach dem Eingriff wird ein sogenanntes Spermiogramm erstellt. Hier wird überprüft, ob sich die Spermienanzahl im Ejakulat auf den gewünschten Richtwert reduziert hat. Bis dies abgeklärt ist, muss man auf anderweitige Verhütungsmittel zurückgreifen oder auf Sex verzichten. Werfen wir nun einen Blick in die vermeintliche Zukunft und hierbei schauen wir uns zuerst hormonelle Verhütungsmittel für den Mann an. Bisher, wie gesagt, sind hormonelle Verhütungsmittel für Männer nicht im Handel erhältlich. Es gibt aber diverse Studien, die zeigen, dass hormonelle Verhütungsmittel für Männer theoretisch möglich wären. Verhältnismäßig gut untersucht sind hormonelle Methoden, die die Spermienproduktion unterdrücken. Am besten untersucht sind wöchentliche oder monatliche Depoinjektionen mit Hormonen und das Einsetzen von Hormonimplantaten. Mit Nestoron wurde außerdem ein Gel entwickelt, welches auf die Oberarme oder im Schulterbereich aufgetragen werden kann und welches von dort aus Hormone an die Haut abgibt. In einer Studie mit 56 Freiwilligen wurde eine gute Wirksamkeit mit nur minimalen Nebenwirkungen festgehalten. Eine weitere Studie wurde 2018 gestartet. Ergebnisse sind für 2022 vorgesehen. Für die Pille für den Mann gibt es verschiedene Ansätze. Eine Markteinführung ist jedoch derzeit nicht in Sicht. Kommen wir zu den nicht-hormonellen Methoden. Diese scheinen bei der männlichen Empfängnisverhütung als vielversprechend, da sie gezielt wirken und somit weniger Nebenwirkungen verursachen würden. Beispielsweise weiß man, dass Vitamin A essentiell für die Bildung von Spermien ist. Am Menschen wurde auch bereits eine Substanz erprobt, welche den Stoffwechsel von Vitamin A hemmt. Und auch bei Tierversuchen aus den 80er Jahren zeigte sich, dass mit diesem Prinzip vorübergehend eine Unfruchtbarkeit erreicht werden kann, ohne bedeutende Nebenwirkungen. Bisher hat es allerdings kaum eine Substanz in die klinische Phase der Entwicklung geschafft. Ein weiterer interessanter Ansatz ist auch die Hemmung der Beweglichkeit der Spermien. Forscher konnten in Tierversuchen zeigen, dass eine Hemmung der Beweglichkeit der Spermien ebenfalls zu vorübergehender Unfruchtbarkeit ohne bedeutende Nebenwirkungen führen kann. Nach diesem Prinzip wird beispielsweise in Indonesien eine Heilpflanze verwendet. Den Namen blende ich euch kurz ein. Der genaue Wirkmechanismus ist jedoch nicht bekannt. Ebenso fehlen bisher belastbare Daten zur Wirksamkeit und zur Sicherheit dieser Heilpflanze. Weiter wird an einem Gel geforscht, welches den Samenleiter verstopft vorübergehend und dadurch verhindert, dass Spermien in das Ejakulat gelangen können. Das bekannteste hierbei ist wohl das Vasalgel aus den USA. Dieses ist bisher jedoch nicht am Menschen erprobt. Eine weitere Methode könnte ein Ventil sein. Auch hier wird geforscht. Das Ventil verschließt ebenfalls den Samenleiter und kann durch manuelle Schaltung geöffnet beziehungsweise geschlossen werden. Eine detaillierte Dokumentation zu diesem Thema hat das Y-Kollektiv hochgeladen. Ich setze euch den Link ebenfalls unten in die Infobox. Eine letzte Methode kommt aus Frankreich. Hier wird an einer Thermounterhose geforscht. Diese Unterhose sorgt dafür, dass die Hoden erwärmt werden und dadurch die Spermienbeweglichkeit eingeschränkt wird. Aktuell gibt es aber auch zu dieser Methode keine fundierten Daten. Zum Schluss noch einen kleinen Einschub und zwar gilt der Coitus Interruptus, also das Herausziehen des Penis vor der Ejakulation, nicht als Verhütungsmethode, da bereits vor der eigentlichen Ejakulation Spermien aus dem Penis treten können. Das war es mit dem heutigen Video. Vielen Dank fürs Zusehen. Falls ihr noch Fragen oder ein Feedback habt, schreibt es gerne unten in die Kommentare. Ansonsten würde ich mich über ein Abo und oder ein Like freuen und dann bis zum nächsten Mal.